Ich lerne Deutsch. Hier lernst du, wie man Fragen stellt. Kannst du mir sagen, wie man eine neue Sprache lernt? Ich möchte fließend Deutsch sprechen. Kannst du mir sagen, wie man eine neue Sprache lernt? Ich möchte fließend Deutsch sprechen. Kannst du mir sagen, wie man eine neue Sprache lernt? Ich möchte fließend Deutsch sprechen. Weißt du, wie man die besten Fotos bei Sonnenuntergang macht? Ich möchte meine fotografischen Fähigkeiten verbessern. Weißt du, wie man die besten Fotos bei Sonnenuntergang macht? Ich möchte meine fotografischen Fähigkeiten verbessern. Weißt du, wie man die besten Fotos bei Sonnenuntergang macht? Ich möchte meine fotografischen Fähigkeiten verbessern. Kennst du jemanden, der mein Klavier richtig stimmen kann? Ich möchte, dass es wieder gut klingt. Kennst du jemanden, der mein Klavier richtig stimmen kann? Ich möchte, dass es wieder gut klingt. Kannst du mir sagen, wie ich Zeit sparen kann? Kannst du mir sagen, wie ich Zeit sparen kann? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.